Patienten, Ärzte und Pflegepersonal, die medizinischen Abteilungen, die Verwaltung und natürlich externe Dienstleister – das alles gehört zu einem Krankenhaus dazu. Damit bei so vielen Beteiligten alles optimal läuft, müssen die patientennahen Prozesse, aber auch Einkauf und Logistik zusammenpassen und reibungslos funktionieren. Mit GS1 Standards können Sie die gesamten Prozessketten von Herstellern über Logistikdienstleistern bis zu Krankenhäusern und Patienten optimieren. Ein klarer Pluspunkt für alle Beteiligten. GS1 Standards sind einfach zu integrieren, global und interoperabel. Das schafft die Basis für eine höhere Patientensicherheit, Versorgungssicherheit und Prozesseffizienz. Und so geht's! Mit unseren Identifikationsnummern können Sie Produkte, Standorte, Menschen und Anlagegüter identifizieren. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Barcodes von GS1 Germany zur Verfügung, in denen die Identifikationsnummern kodiert werden. Bei Patienten liefern Sie wichtige Informationen. Im Patientenarmband ist über einen GS1 Barcode die Fallnummer kodiert, sodass Ärzte oder Pflegepersonal, zum Beispiel vor einer Behandlung oder Medikamentengabe, verschiedene Informationen prüfen können. Ist es der richtige Patient, das richtige Produkt, die richtige Medikation, Zeit und der richtige Ort? Der Barcode und die darin kodierten Informationen können direkt in den IT-Systemen des Krankenhauses erfasst werden und erhöhen so unmittelbar die Patientensicherheit. Auch für den elektronischen Datenaustausch innerhalb der Lieferkette stehen weitere GS1 Standards zur Verfügung und bieten viele Vorteile. Allen Beteiligten ermöglichen sie eine Digitalisierung der Prozesse. Das bedeutet, reduzierter Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand, weniger Fehler und eine höhere Versorgungs- und Patientensicherheit. So sparen sie Kosten und haben gleichzeitig mehr Zeit für das Wesentliche. Ihre Patienten.